Benjamin Thompson Benjamin Thompson war Ende des 18. Jahrhunderts der Kriegsminister der Bayerischen Regierung. Und er konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Die Zeichen der Zeit standen auf Krieg. In Frankreich war Napoleon an die Macht gekommen. Die anderen europäischen Mächte sahen das als immense Bedrohung. Und es hatte schon erste kriegerische Auseinandersetzungen gegeben. Jeder Staat, jedes Land brauchte Waffen, brauchte Kanonen. So auch Bayern. Und da gehört es zu den Aufgaben des Kriegsministers, des bayerischen Kriegsministers, die Produktion der Waffen und eben auch der Kanonen zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass möglichst viel, möglichst gute, möglichst schnell gebaut wurden. Und so war Benjamin Thompson nicht sehr begeistert, als er eines Morgens in die Werkshalle spazierte, in der die Kanonen hergestellt wurden, und er sehen musste, dass die meisten Arbeiter herumstanden, sich unterhielten und lachten. Benjamin Thompson steckte zwei Finger in den Mund und pfiff so laut er konnte. Alles schaute zu ihm. Was ist hier los? rief er. Einer der Arbeiter näherte sich und sagte, Herr Minister, einige Bohrer sind abgebrochen, die anderen sind alle stumpf und müssen geschärft werden. Es gibt nichts zu tun für uns. Das war nämlich so, damals wurden die Kanonen noch als massiver Zylinder aus Eisen gegossen und das Loch, der Lauf, in denen dann das Pulver und die Kugeln kamen, die wurden dann erst nach dem Gießen mit einem großen Bohrer in die Kanone hineingebohrt. Und Sie können sich vorstellen, dass das große Bohrer waren und schwere Bohrer, die auch schnell abstumpften, wenn sie erst einmal gebohrt hatten. Benjamin Thompson wollte aber die Sache so nicht auf sich beruhen lassen. Na, dann nehmt ihr eben die stumpfen Bohrer, die ihr noch habt, und bohrt weiter damit, dass es besser als rumstehen und nichts tun. Das geht nicht, Herr Minister, sagte der Arbeiter. Denn wenn wir das machen, dann werden die Kanonen heiß und immer heißer und irgendwann fangen sie an zu schmelzen. So ein Quatsch, sagte Benjamin Thompson. Jeder weiß, dass das Wärme eine Substanz ist, die in dem Material sitzt. Und wenn man lang genug bohrt, dann geht die ganze Wärme raus und nichts wird mehr heiß. Die anderen Arbeiter schauten den Kriegsminister fassungslos an. Ja, was glotzt ihr denn so, rief Benjamin Thompson. Bitte schön, ich werde es euch beweisen. Los, bringt einen stumpfen Bohrer, eine halb ausgebohrte Kanone und ihr werdet schon sehen. Naja. Also wurde eine halb ausgebohrte Kanone geholt, der Bohrer in die Maschine eingespannt, die wiederum von zwei Pferden angetrieben wurde, die immer im Kreis liefen. Der Bohrer setzte sich quietschend in Bewegung. Benjamin Thompson stand neben der Kanone, hatte die Hand darauf liegen und er spürte, dass die Kanone allmählich wärmer wurde. Naja, klar, weil die Kalorik, die Wärmesubstanz aus dem Eisen herausgedrückt wurde. Irgendwann würde die Kanone aufhören, heiß zu sein, dachte Benjamin Thompson. Aber dem war nicht so. Der Bohrer bohrte und bohrte, holte nicht viel heraus, weil er schon stumpf war, aber darum ging es ja Benjamin Thompson gar nicht. Er wartete darauf, dass die Wärme aufhörte und dass er die Kanone wieder abkühlen würde. Aber irgendwann war die Kanone so heiß, dass er seine Hand wegziehen musste. Genug, rief Benjamin Thompson. Stopp! Dann kühlen wir sie mit Wasser. Die Arbeiter grinsten immer noch, holten einen großen Bottich mit kaltem Wasser, legten die Kanone hinein und dann wurde mit dem Bohren fortgefahren. Aber solange Benjamin Thompson da auch stand und wartete, dass nun endlich die ganze Wärme aus der Kanone herauskäme, nichts dergleichen geschah. Das Wasser, in dem die Kanone lag, wurde immer heißer und fing irgendwann an zu kochen. Und egal, wie viel kaltes Wasser er nachschütten ließ, wie lange er auch wartete, das Wasser kochte und kochte und kochte, der Bohrer bohrte und die Kanone wurde immer heißer. Es reicht, rief Benjamin Thompson. Spannt den Bohrer aus, bringt ihn zum Schärfen, schärft die anderen so schnell er könnt, ich bestelle noch neue. Macht hin! Und wütend stürmte er hinaus. Die Arbeiter schauten ihm hinterher und grinsten. Zuhause angekommen war Benjamin Thompson immer noch wütend und fassungslos. Erst kurz zuvor hatte doch Lavoisier, der große Chemiker aus Frankreich, Wärme und Licht als eigene Substanzen definiert in seinem System. Aber das heutige Experiment hatte klar gezeigt, dass das keine Substanz war, die einfach aufhörte, sondern dass die mechanische Arbeit durch den Bohrer immer neue Wärme produzierte. Er beschloss, seine Beobachtung aufzuschreiben in einer Abhandlung, die er an die Royal Society in England schickte. Und dort wurde sie auch veröffentlicht. Die Behauptung, dass Wärme keine Substanz sei, sondern beliebig durch mechanische Arbeit zu erzeugen war. Als diese Abhandlung veröffentlicht wurde, erntete sie nur großes Kopfschütteln. Niemand wollte Benjamin Thompson glauben und es dauerte noch drei Jahrzehnte, bis man davon abkam, dass Wärme eine Substanz sei. Tja, sie hätten einfach nur die Arbeiter in der Kanonenfabrik fragen müssen. Man das lässt sich. Man, dadurch hat das eine Abhandlung so Permozone in der Kanonenfabrikался. Tja, sie hätten einfach nur die Packung auf die Handlung. Tja, sie hätten einfach nur die Handlung vers calculations ab. Wenn man das dann kann, dann ist das eine Abhandlung, die es hat. Tja, sie hätten einfach nur das eine Abhandlung. Tja, sie hätten einfach nur die Beobachtung. Und wenn man das nicht näher geht, dann wäre es eine Abhandlung. Vielen Dank.